auch noch mal die welt an euch noch haben noch zeit bisher und dass wir röhren röhren kann ich rein und bewegen die dinger sie auch noch was ist denn das muss man den nehmen so das geht geht es wieder runter kommt wieder runter muss er jetzt nicht ganz darauf springen oder ja brav war ja klar so langsam habe ich auch die steuerung bisschen raus bisschen sollte dann aufkommen doch so das block dann ist das natürlich einfach und selbst dafür bin ich zu blöd wo will ich denn hin ich will und ich kann da hin ich kann da hin und wo bin ich jetzt noch ein bild und wo muss ich jetzt sagen wir sie da wieder raus kann nein scheiße okay das war jetzt klar okay diese röhre werde ich nicht mehr nehmen aber hey ich hab einen Pilz komm 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 gut 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 den heben wir für später erstmal auf also wie da wieder was obwohl nehme ich gleich meinen Pilz ja ich bin groß gefährlich ich hab ein mildes halstuch auf äh halstuch ja ne doch oder hast du keine ahnung oh blume yeah komm her so jetzt fall ich irgendwo runter also wir haben festgestellt wir wollen in keine röhren mehr nein ich probier's gar nicht erst da kommt nur wieder sowas böses boah so komm ich jetzt hm was soll ich denn dann aufkommen hä keine ahnung ist da Boden ja da ist Boden zum Glück so komm ich da so noch ach nicht ganz komm auf geht nicht vielleicht wenn ich wa weg da Plattform nein nicht wieder Plattformen das kann ich doch nicht ist da irgendwas nö super sollten da mal ein paar mehr Pilze oder sowas einfügen boah und jetzt hä was ist das Seile Moment komm ich da gleich so noch vielleicht komm ja ist der Abgrund so nah komm ach halte ich halt fest so wie muss ich da jetzt springen springen äh nein das war was anderes äh oh uiuiui oh bin ich gut bin ich gut heute Gegner äh ok Feuerball sollte das einfach sein verdammt wenn man Feuerball kann ich schmeißen mhm mh uah sag mir das da der Ausgang ist Ausgang nein was verdammt die kann ich verbrennen und wo muss ich jetzt hin kommst du wieder raus oder hallo runde oder was okay da war münzen da ist sicher hoffe ich vielleicht eventuell ist da noch was sieht nicht so aus egal raus und fertig und wieder in der welt läuft doch gut dj kirby das klingt so nach sieht nicht aus wie kirby das sieht sogar richtig schön aus die welt ok wo ist der haken feuerfest blum ich lauf voll ich habe ersatz ach du scheiße ich habe gesagt das ist eine schöne map bin ich total auf den trip aber ich habe eine blume das macht alles sehr viel einfacher und klasse egal ich verbrenne erstmal alles brande asche kann mich nichts töten ja mit blumen oh noch eine blume yeah jetzt fängt es wieder an spaß zu machen ach du kacki ich verbrenne dich dann hofft man dass ich nicht in einen abgrund fall und was zur hölle wer sieht den scheiß jetzt ausgedacht ach ok das ist auch einfach komm her komm her komm her verdammt was her komm ach das habe ich jetzt getroffen ich werde wohl diese eine verdammte blume treffen und die ganzen anderen sachen die noch auf dem weg sind oh Mensch sterbt alles alles muss sterben oh geh weg du musst auch sterben und oh wie viel sind denn das noch ich glaube mit dem level designer muss ich mal echt ein wörtchen reden das ist ja nicht mehr lustig er macht so sachen wer lässt sich sowas einfallen das macht doch einfach nicht so viele sprünge und röhren und was ist da hinten ach wir schauen einfach mal nach wir haben ja eine blume die scheint mir auch leicht überpower zu sein egal yeah ich habe gleich zwei davon das freut mich voll okay ich hatte mir die schwieriger vorgestellt aber egal machen wir den dschungel auch gleich noch toll und was ist das müssen wir denn hin rauf rüber rüber gehen wir erstmal rauf oben ist schön was haben wir da ganz viele Münzen yeah noch eine blume noch eine blume brauchen wir zwar nicht aber nehmen wir es halt mal mit und wiii und rüber geht's Münzen 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 aha aha ich brauche ein Fadenkreuz glaube ich sehr großes Fadenkreuz warum stirbst du nicht na also kann ich da rein ne scheinbar nicht laufen wir weiter bevor wir noch in die feuerfeste pflanze springen oh noch eine blume was ist denn jetzt los rauf runter rechts links rauf mehr von den Viechern ich schmeiß die voll stylisch seitlich irgendwie raus ah stirbt ja stirbt es ist so schön mit der blume zu spielen das glaubt man gar nicht geh weg ich mag dich nicht bleib mal oben bleib mal oben bleib mal oben und mann das sind ganz schön viele Münzen äh müsste jetzt klein sein ne kann ich irgendwie kaputt machen nein geht nicht äh was ist das oh Boden yeah hehehe oh Gott ist das Spiel einfach mit einer Blume das ist ich das früher gewusst hätte ich mir zwei Blumen mitgenommen irgendwo oh das ist so leicht so schön das ist da unten komm ich eh nicht dran vielleicht soll ich doch nicht gleich alles verbrennen ach Niveau sterbt jehey und oh noch mehr Level noch mehr Level oh pfff pfff m m d m m m m